Hallo zusammen und herzlich willkommen bei SchachmattTV. Ich freue mich total, dass ihr hier seid. Wir spielen eine Partie Schnellschach. Lerne, was ich denke. Ich versuche euch hier in möglichst kurzer Zeit möglichst viele coole Tipps und Tricks reinzuprügeln. Das war ein bisschen zu brutal, aber ihr wisst, was ich meine. Ich versuche euch hier wirklich einfach mal so zu erklären, worauf basierend ich eigentlich spiele. Und das ist eigentlich bis jetzt ganz gut angekommen und am Brett E4, E5. Ist generell eine Eröffnung, die ich als weißer Spieler recht gerne sehe. Also gegen E4 gibt es auch nicht so vieles, was mich jetzt groß stört. Es ist einfach so, zumindest früher kannte man sich fast gegen, also als ich Anfänger war, kannte ich gegen E4 und E5 mich am meisten aus, weil die das meistens gespielt haben und dann war ich zufrieden, hier in meine Systeme zu kommen. Zum Beispiel E4, Italienisch, Leufe B5, Berspano, Springer C3, 4 Springer spielen nach Springer, F6, E4 hier wäre schottisch, alles sehr gut spielbar. Die Profis nehmen meistens hier Spanisch, Läufe B5 verspricht den meisten Vorteil. Und unser Gegner hier hat 1.100 hat mich herausgefordert, also scheint zu schlauen. wobei wir versuchen mal Max Lange, wenn jetzt Springer F6 kommt, dann D4 Max Lange, sehr sehr interessante Angriffseröffnung, habe ich einen Chessable Kurs dazu geschrieben, ist unten verlinkt, hier D4, wir sind in Max Lange, wenn euch das gefällt, dann könnt ihr euch den gerne holen, nicht die Welt, unter 10 Euro. Hier sind alle Varianten drin, die ich für wichtig gehalten habe. Hier Läufer D4, der beste Zug, Springer schlägt, verliert eigentlich direkt und Bauer schlägt, ist sehr unangenehm für schwarze Läufer schlägt, der beste Zug, nehmen wir den Läufer zurück, wenn jetzt der Bauer nimmt, kommt, kommt D5 mit einer sehr guten Stellung, also wenn man Springer nimmt und auf Springer schlägt, ist die Hauptvariante F4. Ich finde aber Läufer G5 sehr sehr tricky und spiele deswegen auch am liebsten Läufer G5, habt es auch in dem Kurs empfohlen, 4H6 Läufer G5 verliert direkt wegen F4, müsst ihr euch mal vorstellen, der Läufer steht hier, also er kann den Läufer auch schon nehmen, aber nach F4 steht man auf Verlust, ist, äh, gibt so lustige, lustige Nuancen an dieser Stelle. So, auch Harde, das ist hier nicht so gut, weil ich F4 spiele und Harde, super natürlicher Zug, habe ich auch extrem oft am Brett, aber nach F4 sieht man hier wirklich ein sehr sehr schönes Spiel, also dem kann man nicht, dann hängt der Finger und oh, der sieht schlecht aus, also nicht böse gemeint, falls du es schaust, ähm, passiert das, wenn ich gegen eine unbekannte Öffnung spiele, dann, dann, äh, stelle ich auch manchmal total ein und ich sage noch nicht, dass ich jetzt auf Gewinnsteiger aber C6 sieht schlecht aus, hier nehme und, ähm, der Finger jetzt hängt hat, ähm, ob das bringt man noch keine großen Reden, sondern, sondern spiele es erst mal zu Ende, das wäre besser so, zumindest, kann ich euch das sagen, wenn man denkt, man gewinnt jetzt gleich und wartet nur noch ab, bis die Partie auch gewonnen ist, passieren die schlimmsten Dinge. Hier, Dame B6, und jetzt ist so eine Stellung, also, wenn man jetzt nicht aufpasst, nimmt man und dann, ähm, zwar immer noch gut aus, glaube ich zumindest, aber der Springer hat vielleicht irgendwelche Abzüge, die nerven könnten, wie zum Beispiel, die da hier und dann den Läufer nehmen und hier muss man, man muss immer versuchen, ganz, ganz, ganz wichtige goldene Regel, wenn ihr, auf Gewinn steht, versucht, den, wirklich den präzisesten Weg zu finden, wenn man technisches Runterspielen, spielt den Gegner einfach technisch runter, man verwertet die gute Stellung, hier haben wir einfach, wir haben keinen Bauern weniger, also materieller Ausgleich, starke F-Linie, der Springer hängt, der Springer hat zumindest gerade noch gehangen, ist jetzt gedeckt und der Zug, also, ihr könnt mal überlegen, was würde ich hier als Weißer spielen, spielt gerne, also, mich nervt diese Diagonale extrem und deswegen spiele ich diesen Zug, Läufer E3 greift gleichzeitig den Springer an und der hängt immer noch, kann die Dame vielleicht hier auch nehmen, aber dann nehmen wir einfach, Springer hängt, deckt, der Läufer deckt, so, Läufer deckt gleichzeitig den Turm und der Springer hängt auch noch, übrigens, falls euch wundert, warum der Kanal so runtergefallen ist, ich habe auch keine Ahnung, das mit dem Kommentieren ist echt, hat dem Kanal irgendwie zugesetzt, aber ich meine, der ist ja nur dafür da, mein privater, in Nelschach über 2,6, also, ist für mich ein bisschen hart, mit der Zahl zu spielen, aber es geht ja ums, geht ja ums, trainieren hier, Zeitwurst, C5, jetzt könnten wir uns einfach, was sehr, sehr gut aussieht, könnte, dazwischen aber im Prinzip, wollen wir ja möglichst viel abtauschen, könnte man den Springer noch zwischennehmen, aber, hier würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach, Springer, mit der Idee, den Läufer einfach am Brett zu belassen, weil, dieser König ist auch extrem schwach, wir haben es gar nicht nötig, hier alles abzutauschen, und ins Endspiel zu gehen, das ist übrigens auch was, ich empfehle ja immer, tauscht ab, geht ins Endspiel, wenn ihr mehr Material habt, es gibt auch Stellungen, in denen es Sinn macht, hier einfach ganz, ganz ruhig alles runter zu spielen, also, einfach, zum Beispiel nicht abzutauschen, und einfach gute Figuren am Brett zu lassen, und zum Beispiel auf Königsangriff zu gehen, und ich glaube, hier gibt es auch schon ein sehr schönes Motiv zu geben, was war meine Idee von neben, nicht ins Endspiel zu gehen, und abzutauschen, sondern, jetzt wahrscheinlich kommt, D2, ganz hässlicher Zug, lässt den Bauer hier stehen, lässt dieses Schach zu, und, versperrt dem Springer auch noch sein natürliches Feld, weil nach D3 kann er nicht, und macht man so einen Schwachsinn, DG im Dame H6, macht, dass er nicht mehr verhindern kann, wie kann er Dame H6 verhindern, wird schwer, kann auch Schach geben, wir gehen einfach in die Seite, wir gehen hier hin, lassen ihn sogar eine Dame holen, aber, dieses Matt hier, ist sehr schwer verhinderbar, wir haben eine Figur mehr, glaube ich, glaube ich, die Partie, wir machen aber gleich als Bonus, also wir analysieren natürlich die Partie, wie immer, und schauen als Bonus, ein bisschen noch, ein bisschen Max Lange Varianten an, damit ihr, ein bisschen, einen kurzen Überblick kriegt, ich habe auch schon mal ein Video gemacht, ein bisschen ausführlicher gemacht hat, und wenn ihr es so richtig haben wollt, braucht ihr natürlich den Kurs, oder, ihr schaut mit Leachers, oder so, ich kann Kurs kaufen, aber, das halt das Wissen, zusammengefasst, diese Stellung, es gibt, eine Taktik fällt mir sofort ins Auge, also erstmal haben wir hier eine Dame, und einen Springer gegen drei Bauern, also wir können einfach Springer C3 spielen, und gewinnen die Stellung, welche Taktik könnte das sein, die mir hier so gut gefällt, könnte schlagen, und der Bauer kann nicht zurücknehmen, der Bauer muss schlagen, der Schach, der König geht hier, aber ich sehe aktuell, nicht viel mehr als ein Dauerschach in der Stellung, aber wir müssen hier nichts, kein Risiko in, wir kriegen einfach den Springer, nach C3, wahrscheinlich ging das Opfer schon irgendwie, aber Springer C3, mit einer glatten Dame mehr, vorne wäre mit dem Springer, das gleich sieht aus, aber mit einer Dame mehr, hier, danke, ist eine schöne Eröffnung, also, wenn, 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 wenn ich Springer 6 spielt, also ihr seht, die Springer 6 mit Abstand, der häufigste Zug, auch sowas wie D6, würde ich, als Beispiel, versuchen, D4 zu spielen, oder, dieses, Jocopeano, mit D3, kann man auch, aber Springer 6 spielen die meisten, ist auch ein logischer Zug, spiele ich übrigens auch mit Schwarz, und entwickeln, und hier, jetzt, dieser krasse Zug, D4, ihr seht, der ist, der häufigste Zug, also gar nicht so häufig, und, als ich den früher gespielt habe, so, unter 2000, war das, im Prinzip, wie ein Joker, weil, super viele, damals, also es wurde jetzt durch YouTube, deutlich, aber damals, äh, nicht, nicht, diesen Zug hier gespielt haben, der ist nämlich der, den man am, vom, gefühle am letzten spielt, ich zumindest, weil man schlägt ja nicht mit dem Läufer im Zentrum, der ist auch weg, man vielleicht, das halten, geht halt mit den Ohren, wieder zurück, aber sieht schön aktiv aus, hier übrigens, verlorene Stellung, man hat ein Boot auf, Zug, der das verhindert, ihr seht schon, zwei Teufel, E6, aber dann lässt, und jetzt Läufer E3, und 1,0, Grund dafür ist, diese Fesselung, ihr seht hier auf dem Score, sieht alles ziemlich weiß aus, Wind, häufiger als schwarz, ähm, Problem ist also, diese Fesselung, er kann den Springer nicht mehr decken, oder sie, muss irgendwie, Springer E6 spielen, und hier nimmt man einfach, auf den E6 raus, er fängt wieder, also kann man nicht zurücknehmen, und auf den Zwischenschlag, F7, und, nehmen, und man hat, einfach eine ganze Figur mehr, und auf den Turm schlagen, schlägt man zum F4, auf F7, hier hat man auch, die Qualität mehr, und bessere Stellung, also, das ist gewonnen, und das kommt auch so, kommt schon oft, dass mein Gegner hier, je strenger D4 gespielt haben, auf Bauer schlägt, eine sehr schöne Weile, E5, also hier gibt es verschiedene Varianten, die auch alle in Ordnung, für Weiß sind, man muss auch ganz ehrlich sagen, diese Stellung hier, bei aller allerbesten, schwarzen Spiel, ist ausgeglichen, zumindest in den Varianten, die ich empfehle, gibt auch welche, mit denen man, leicht besser steht, mit Weiß, aber die sind so tricky, die ich empfehle, dass, was man hier, mit Weiß immer, aber, ich würde sagen, 99% der Fälle, gegen Spieler unter 2000, wenn man die Theorie kann, gut rauskommt, das ist die Idee von E5, greift den Springer an, der Springer sollte eher nicht ziehen, weil hier decken wir zum Beispiel, auf den Bauern, und im nächsten wird H3 gespielt, der ist interessant, man spielt hier sehr gut, aber funktioniert halt nicht, ausnimmt, schön, angenehm, würde ich sagen, ich mache die Engine, im Prinzip, sehr gerne Ausbau der Analyse, weil, weil jetzt, werdet ihr, es gibt Verteidigungen, und die werden jetzt natürlich angezeigt, und danach bemüßt sich das, und dann denkt ihr euch, ha, eine schwachsinnige Eröffnung, aber, 5D5, bester Zug, nehmen, nehmen, und hier, ähm, spielen die meisten Turm E1, ich mag F schlägt G7, das ist eine sehr schöne Variante, der Turm zieht, muss er, weil so, eigentlich ein Turm, und hol mir eine Dame, das ist übrigens ein sehr schönes Manöver, an sich immer, im Schach, weil man, sowohl sich eine Dame holt, als auch einen Turm schlägt, und der hat einen plus 14 Bauern, äh, natürlich sieht Schwarz das, das wollte ich euch einfach nur sagen, ich finde das eigentlich lustig, dass man sich fragen kann, ähm, Turm G8, und, hier in dieser Stellung, häufig ist der Zug Turm E1, ich empfehle euch, Läufer G5, und, hier ist einfach, wieder eine sehr schöne Stellung, ähm, 6 gibt man zum Beispiel, Turm E1, der König zieht, und hier, äh, spielen, ist der beste Zugläufer, mit H6, dann steht man einfach angenehm, weil der König steht schlecht, man hat, man soll sogar nicht mehr, die Stellung, man muss natürlich sagen, Schwarz hat auch fettes Zentrum, nicht nur so gut, aber es ist schon, die Stellung, und, ich, ich, will hier aber selbst, lieber Springer E5, sehr tricky, 6, und das, okay, König muss hier oder da hin, doch beides kommt, E5, warum, äh, eben, der Turm schlägt zurück, hier kann man den Turm nicht nehmen, weil dann ist die Dame weg, Läufer schlagen, dann schlägt es hier, und steht gut, weil die Bauern fallen, König steht schlecht, Dame 5 kommt, das heißt, der beste Zug, in dieser Stellung, wäre, ähm, Läufer D6, 8, 7, 6, also, ihr seht schon, die Stellung hier, die Engine hält das Remi, aber, ähm, ihr könnt hier auf jeden Fall kämpfen, und, und man, man muss auch, in der Stellung nach Läufer D6, ähm, also, sollte man schon in Schach gehen, sonst ist der Läufer weg, aber, wenn ihr diese Varianten umgeben wollt, könnt ihr auch einfach Läufer H6, naja, das, äh, ist kurze Zusammenfassung hier, und, ähm, Läufer schlägt D4, mit Abschnell besser Zug, ihr seht die Engine, äh, war zur Seite ein bisschen, aber das ist, ihr habt ja gerade, eine Live-Partie gesehen, wie es läuft, also, ähm, hier, Nachläufer D5 darf man halt nicht ruchieren, ruchieren ist schon ungenau, hier, immer noch nur plus 0,1, aber, ihr habt gesehen, wie lange die Partie gedauert hat, also, Verluststellung war, ab nach, nach neun Zügen, hier, auch schon davor, D6 war ungenau, also, Zug, wäre besser gewesen, aber, auch diese Stellung, schaut mal an, man schlägt, schlägt, und zum Beispiel, schlägt man auf D6, als Mensch, äh, diese Stellung hier, macht gar keinen Spaß, mit dem König, und, ähm, dafür, ein Bauer ist völlig okay, kann auch den Bauer hier, meistens wieder gewinnen, ich mache, es gibt wenig Figuren, die den decken können, also, will mich jetzt nicht zu sehr, an der Theorie aufhalten, ähm, schaut euch das Video an, oder holt euch den Kurs, auf jeden Fall, hier, ähm, ist Hauptvariante F4, ich spiele aber gerne, hier läuft D5, das Schöne ist, nach A6, FH4, G5, und einige versucht haben, weil es ist eigentlich logisch so, man, man vertreibt den Läufer, und, ähm, läuft Richtung König, mit dem Bauern, kommt F4, diese Stellung hier, die Engine sagt nur, plus 0,1, äh, plus 1, aber, mit der besten Verteidigung, D5, selbst dann steht weiß noch gut, also, das, wer würde jetzt den Rahmen sprengen, ähm, auf diesen hier, wenn er einfach den Läufer nimmt, flägt man den Bauer, der Springer hängt, der Springer hängt, der Springer kann noch nicht ziehen, auf F6, weil dann hängt der, ähm, das kennen die sich ja sowieso nicht aus, wenn sie schon in diese schlechte Variante gehen, und, und auf F4 noch eine lustige Variante, was passiert denn eigentlich, kann man auch nicht nehmen, dann hängt F4, und steht auf F4, schlägt F4, da ist jetzt die Engine natürlich schade, aber Turm schlägt F4, und gibt nochmal Material, ähm, hat zwar alles weniger, in dieser Stellung, aber steht trotzdem total auf Gewinn, weil, äh, eine brutale Fesselung, das ist so unglaublich brutal, diese Stellung, ähm, ja, also Max Lange ist wirklich, äh, eine sehr interessante Wahl, kann ich euch ans Herz legen, ähm, schaut euch das mal an, was halt auch ein Vorteil ist, so, also, man kann hier gegen das Max Lange spielen, und gegen Springer F6, das ist das Bright Liver Attack, heißt, ergänzt sich perfekt, hatte ich gerade jemanden im Coaching heute Morgen, ähm, wo wir uns auch drüber unterhalten haben, der, diese Varianten cool, auch diese Kombination aus den beiden, und man könnte, also, wenn man noch eine dritte Wahl haben wollte, wobei ich es euch sage, legt nicht so viel Wert auf Veröffnung, ähm, könnte man dann noch, gegen, gegen, sehr starke Spieler, oder welche, wo man sich weiß, die kennen sich gut mit Theorie aus, einfach D3, und dieses ruhige Italienisch mit D3, C3 Springer, D2, das auch, ist eigentlich, äh, theoretisch sogar besser als alles andere, das spielen nicht die Profis, ich auch sehr gerne, ähm, aber man muss ja immer auch, und schon gegen was für Leute man spielt, und wenn man nicht gegen irgendwelche Titelträger spielt, hauptsächlich zumindest, dann, kann man sehr gut solche Trickvarianten spielen, wie diese, okay, ähm, das war, war mal ein anderes, äh, lerne, was ich denke, aber ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen, weil ich, war ich Max Lange angewandt, mit ein bisschen Theorie noch mal, lasst auf jeden Fall, äh, ein Abo da, würde mir extrem helfen, direkt das Video, hält mir einfach irgendwie weiter, wie ihr, wie ihr könnt, kommentiert, und, wenn ihr Lust auf Gruppentraining habt, dann findet ihr euch auch gerne, sage ich sowieso jeden Tag, aber, los, und, ja, macht euch einen schönen Tag, ciao, Video.